Parodontitis ist eine Erkrankung des Zahnhalteapparates, die auch völlig gesunde Zähne treffen kann. Ursachen können genetisch bedingt sein, aber auch das Rauchen ist ein Risikofaktor, der Parodontitis begünstigen kann. Dabei sind häufig spezielle Bakterien beteiligt. Sie nisten sich in Zahnfleischtaschen ein, lösen eine Zahnfleischentzündung aus und greifen später den Kieferknochen an. Das Zahnfleisch zieht sich zurück, lässt die Zahnhälse frei liegen. In der Tiefe baut sich Kieferknochen ab. Der Zahn verliert den Halt, verändert meistens seine Stellung im Mund und muss häufig bei einer fortgeschrittenen Parodontitis entfernt werden. Neben der sorgfältigen Pflege zu Hause ist die professionelle Zahnreinigung eine sehr gute Chance, sich vor dieser Erkrankung zu schützen. Regelmäßige Kontrollen sichern das Behandlungsergebnis. Außerdem sollten Sie auf erste Anzeichen einer Parodontose achten. Das könnte geschwollenes Zahnfleisch sein, Zahnfleischbluten oder Mundgeruch. Wir helfen Ihnen, sich vor Parodontose zu schützen. Wir bieten Ihnen Keimtests an, engmaschige Recalls und vergleichendes Ausmessen von Zahnfleischtaschen. Wer bereits erkrankt ist, wird umfassend betreut. Unser Konzept zur Therapie ist wissenschaftlich fundiert, umfangreich und besteht aus verschiedenen Etappen. Ein mikrobiologisches Testverfahren zur Bestimmung der Härte einer Erkrankung und zur Therapiesicherung. Eine strukturierte Parodontal- oder Zahnfleischbehandlung, bestehend aus einer Hygienevorbehandlung, einer geschlossenen Zahnfleischbehandlung, der Nachsorge und Wundheilung und schließlich der Nachprüfung des Behandlungserfolges. Wir sorgen für eine lebenslange, professionelle Zahnreinigung. 360 Grad Zahn, rund um Ihr Lächeln.